Ich möchte natürlich trotzdem gewinnen. Dann sollte ich vielleicht nicht so im Strafraum reingrätschen und das Meter verursachen. Ja, willkommen zurück zu Stickman Soccer, beziehungsweise unserem WM-Orakel der deutschen Gruppe zunächst einmal. Und wir fangen an, beziehungsweise machen weiter mit dem nächsten Spiel. USA gegen Deutschland und die USA ist hier das letzte Team. Die haben auch in dem Fall in dem Spiel Heimrecht und dann müssen wir mal hier auf Germany und gehen dann direkt weiter. Das lassen wir jetzt alles mal so, wie es hier ist. Ich gehe noch eben auf die WM-Seite und gucke mir die Fakten zum Spiel an. Warum zeichne ich mir das denn jetzt nicht an? Moment, Deutschland, USA. So. Nein, ist ja doof. Spielvorschau, so, das wollte ich doch haben. Am 26. Juni 2014, 13 Uhr Ortszeit in Recife in der Arena Pernambuco. 13 Uhr Ortszeit heißt, 18 Uhr deutscher Zeit. Wir spielen mit USA in blau und Deutschland in weiß. Es gab bisher neun Spiele von den beiden gegeneinander, dreimal Amerika gewonnen oder die USA, sechsmal Deutschland. Dabei sind 15 zu 21 Tore gefallen, also für Deutschland, Deutschland 21 quasi. Trainer ja wie bekannt, Jürgen Kliemann. Und Recife ist die Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco in Nordosten Brasilien. Und bildet das Zentrum des viertgrößten Ballungsraums des Landes. So, und es geht los. Stadion ist 2014 gebaut worden und hat 42.500 Plätze. Wollen wir mal schauen. Ah, ich spiele natürlich jetzt mit USA, weil ich ja das Heimteam quasi nur steuere. Aber gut, das ist ja nicht weiter schlimm. Dann müssen wir jetzt halt gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht kann ich ja mal, wenn ich verliere, der deutschen Mannschaft einen Gefallen tun. Allerdings habe ich die ersten beiden Spiele ja mit Deutschland oder für Deutschland schon gewonnen. Das heißt, die Ausgangslage sollte ganz gut sein, dass wir in das quasi orakelte Viertelfinale einziehen. Oh, kleiner Fehler hier. Und jetzt wollen wir mal schauen. Ich könnte natürlich auch alle anderen Spiele einfach mal orakeln. Also Deutschland ohne deutsche Beteiligung. So quasi Ghana gegen Amerika, Ghana gegen Portugal, Amerika gegen Portugal. So viele Spiele sind das gar nicht mehr, oder? Warte mal. Hm, jede Mannschaft hat drei Spiele, aber da müsste ich jetzt quasi noch Amerika-Portugal, Ghana-Portugal. Ghana-Amerika. Jo, drei Spiele noch. Kann das denn sein? Ach, scheiße. Das sind dreimal... Ne, das müssten insgesamt neun Spiele sein, oder nicht? Ne. Sechs. Dreimal... Dreimal zwei Spiele, ja. Also sechs Spiele, genau. Ähm, ja, dann gucken wir nicht. Dann müsste es eigentlich machbar sein, dass ich alle Spiele spiele. Und quasi die ganze Gruppe dann orakele. Die Frage ist, ob sich das lohnt oder ob das interessant ist. Und da war ein dicker Torwart Patzau und ein Eigentor der deutschen Mannschaft. Juhu, ich führe 1 zu 0. Ah, hat Neuer doch noch rechtzeitig zu geschafft, zu WM fit zu werden? Nein. Ähm. Müssen wir mal schauen, dass wir das natürlich jetzt dann, äh... Nein. Oh, Alter. Was haben wir da denn für eine Sahne gehabt? Jo, ah, fuck. Fehltpass. Nochmal Fehltpass. Und nochmal hin und her geeire. Und oh. Fuck, da haben wir uns allen gefangen. Scheiße. Komm. Was ist denn hier los, verdammte Hacke, ey? Also, kann man sich denken, bei diesem Spiel muss Deutschland immer erst hinten liegen, bevor wir so ein bisschen was reißen. Ob sie jetzt von mir gesteuert werden oder nicht. Aber das war auf jeden Fall bisher jetzt dann also immer so. Deutschland in jedem Gruppenspiel quasi bei unserem Orakel erst mal hinten gelegen. Muss ja nicht unbedingt was heißen, aber wir warten das mal ab. Wir werden es ja in wenigen, ja, Wochen, in 15 Tagen wissen wir es schon. Ne, in 16, dann ist nämlich schon das letzte Spiel von dem Tag, wo ich es anaufnehme. Also von heute angemessen. Für euch kommt das ein bisschen später. Ich habe, ich nehme jetzt alle drei Spiele an einem Tag aufgenommen. Komm schon. Jawohl! Der Mann, wieder Torwartfehler. 1 zu 2 aus deutscher Sicht. Die Amerikaner, beziehungsweise die USA, führen wieder. Und mal gucken, was da noch so geht's. Oh. Da wäre fast der direkte Anschlusstreffer gewesen. Aber wir konnten es noch so gerade verhindern mit einer brillanten Torwartleistung. Aber jetzt hat es dann doch gerappelt. Es war schon wieder der Ausgleich. 2 zu 2 in der 38. Spielminute. Ja, von so weit kann man auf jeden Fall nicht schießen. Ah! Scheiße, jetzt wollte ich mal gucken, ob man den von oben, also, beziehungsweise von unten ein bisschen in den 16er reinspielen kann. Ah, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich komme auf jeden Fall jetzt mittlerweile ganz gut in die Steuerung rein, so. Aber so richtig präzise ist das natürlich alles nicht. Mein Gott, ey. Komm! Mach voran. Keine Zeit. Oh, den haben wir aber umgewimst. Aber das geht weiter. Das war kein Foul scheinbar, sagt der Schießrichter. Ach, scheiße. Scheiße, komm! Oh, was ist das jetzt? Halbzeit, ja! Und Seitenwechsel und dann geht es sofort wieder los. Oder wie sehe ich das? Ja, komm. Leg los, Jungs. Und, ja, da haben wir uns sofort eingefangen. Die deutsche Mannschaft führt, 3 zu 2. Direkt nach Wiederanpfiff. Haben sie das Spiel gedreht. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, dass wir hier... Oh! Dass wir hier noch ein bisschen Gas geben können. Komm, 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 komm. Ach, jetzt haben die auch noch einen Wurf. Ich will mal so ein richtig fettes Gerätschir ansetzen, aber das lässt sich nicht so wirklich timen. Alter, er pölt aus 100 Metern und er kommt auch noch gescheit. Komm, halt den Ball fest. Sehr schön. Eine Ballstaffette nach der nächsten hier. Und jetzt hält er den auch noch, verdammt. Ich dachte, den hätte ich mir jetzt schön rein... ...dreschen können. Das hat aber nicht so ganz geklappt, wie ich mir das dachte. Aber gut, dann müssen wir jetzt halt den nächsten Angriff starten. Aber jetzt geht es erstmal wieder in die andere Richtung. Aber eiskalt am Tor vorbeigewimst. So, mal gucken, was hier noch geht. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Wird es die deutsche Mannschaft schaffen, den Vorsprung zu halten? Oder kommt Amerika oder kommen die USA nochmal wieder ran? Jetzt sah es gerade so aus, als würde die deutsche Mannschaft den Vorsprung ausbauen können. Aber nein, konnten sie nicht. Wenn ich nicht ganz so viel rede, hier muss man sich auf jeden Fall echt konzentrieren. Ui, jawoll. Die ganze Zeit umgewimst haben wir den, umgehauen. Aber es geht weiter. Also, ich habe bisher eben ja in dem anderen Spiel gegen Ghana den Elfmeter verursacht. Aber ansonsten ist ja bisher noch nicht so viel passiert, freischussmäßig. Und jetzt ist es auch aber passiert. 3 zu 3, der Ausgleich. In der 66. Spielminute. Alles wieder offen, also. Wir wollen mal schauen. Allerdings will ich natürlich jetzt auch nicht den Sieg herschenken, nur weil es jetzt Deutschland ist. Möchte natürlich trotzdem gewinnen. Dann sollte ich vielleicht nicht so im Strafraum reingrätschen, um das Meta verursachen. Ach, Idiot. Ah, fuck. Mit Halten ist es da wohl auch nicht so weit her. Okay, also. Jetzt rennen wir wieder hinterm Rückstand her. Ja, ja. So schnell kann es gehen. Ah, ey. Die tütteln sich aber auch hinten immer einen zurecht, ey. Gar nicht mal so ungefährlich, was die immer noch entkommen jetzt. Wohl. Bam. Einmal auf den anderen Fuß gelegt und dann direkt. Ist kalt versenkt. 4 zu 4. 73. Minute. Das schaffen wir noch. Ich bin in ganz guter Hoffnung. Und dass wir da noch eine Chance haben, aber die sind doch immer so langsam. Mal testen, ob man jetzt hier... Das war wohl nix. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie auch flanken kann. Wie er da rumfliegt. Wie er da rumfliegt. Komm, lauf da, du. Kappkopp. Kappskopp. Ah, fuck, und ich drücke auch passen. Ah, ich hab einfach zu fette Finger hierfür. Jo, klar. Erklärt erst mal ganz rabiat. Ah, Gott. Obwohl, ne, das erste Gruppenspiel hat Deutschland gar nicht gewonnen. Da stand es ja 2 zu 2. Ich habe ja erst eine Verlängerung gewonnen. Äh, das zweite Gruppenspiel gegen Ghana natürlich. Gegen Portugal hab ich gewonnen, aber... Hier nicht. Und oh... Auf der Linie geklärt. Aber wir sind nochmal dran. Und wir führen jetzt mit 5 zu 4. Das würde heißen, die deutsche Nationalmannschaft hätte bisher nur 4 Punkte gesammelt, wenn das Orakel eintrifft. Und das ist wahrscheinlich definitiv zu wenig. Das wäre natürlich bitter. Dann wäre das wahrscheinlich... Oh, das ist auch so. Und da kommt auch direkt wieder der Anschluss. Ah, 5 zu 5. Was ein Match hier. Komm. Alter, was ein Getrehte. Ja, das war's. Freunde, das war's. Das Ende. Und ich werde jetzt aber nicht nochmal die Verlängerung spielen. Weil im Endeffekt brauchen wir das nicht. Das gehört nicht mehr dazu. Ich werde das Ganze jetzt abbrechen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen nach oben. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bones性. Bis zum nächsten Mal.